Giovan Battista Perasso war ein jugendlicher Volksheld der Stadt Genua und später Italiens. Während des österreichischen Erbfolgekriegs kam es 1746 in Genua zu einem Volksaufstand gegen österreichische Truppen, die sich vor allem im Stadtteil Porturia wegen etlicher Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung unbeliebt gemacht hatten. Die Republik Genua war während des Krieges mit Spanien und Frankreich gegen Österreich und das Königreich Sardinien-Pimont verbündet und war deshalb besetzt worden. Giovan Battista Perasso, genannt Ballilla, soll den Aufstand am 5. Dezember durch den Wurf von Steinen auf die Österreicher ausgelöst haben. Die historisch nicht belegten Taten des wahrscheinlich etwa zwölfjährigen Perasso wurden während des Risorgimento, der italienischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert und besonders während des Faschismus als besonders patriotisch verherrlicht, wodurch er zu einer Art Nationalheld wurde, der auch in der vierten Strophe der italienischen Nationalhymne Fratelli d'Italia erwähnt wird. Mussolini nannte seine faschistische Jugendorganisation Ballilla. Ballilla ist Namensgeber für die U-Boot-Klasse Ballilla-Klasse und das erste U-Boot dieser Klasse R. SMG. Ballilla. 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 Vielen Dank.